Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Heute habe ich tatsächlich mal off-stream auf ein Video reagiert. Der neue Demon Slayer Trailer zur Staffel 4. Vorab, bitte nicht wundern, warum man an manchen Stellen nichts hört. Ich hatte leider urheberrechtliche Probleme und musste ein paar Sachen muten. Ich hoffe, das Video gefällt euch trotzdem. Und jetzt, viel Spaß, haut rein, bye bye. So, wir reagieren jetzt auf Demon Slayer Key Mezono Yaiba. To the Hashida Training Trailer German Deutsch. Also, auf Deutsch tatsächlich. Bin sehr gespannt. Ich will mich gar nicht spoilern lassen. Ich bin so jemand, ich gucke immer erst in die Kommentare. I don't know why. So, ja, dann schauen wir einfach mal rein. Vier Minuten geht das Ganze. Mal sehen, was uns erwartet. Loll, was? Wait. Was ist denn mit ihm passiert? Ich habe das gerade gar nicht gegettet, dass er das sein soll. Loll. Was? 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 Oh, Kanjiro. Oh, Junge. Ohne. Kanjiro, aber Kanroji. Hier, hier. Ada, I love her. She's so pretty. Junge, warum? Ich will sie erwischen. Hallo? Warum? Oh, sie kommt hier. Mitsuri. Mitsuri, oh. Mitsui ist... Waifu. Waifu. Sie hat so ein gutes Design, ne? So ein gutes Design. I love it. I love it. Ich war echt froh, dass sie jetzt wirklich mal im neuesten Arc ein bisschen mehr reingekommen ist und so. Und ein bisschen, man, noch ein bisschen so Backstory und sowas von ihr bekommen hat. Fand ich sehr nice. Ich mag sie. Ich mag sie sehr gerne. Es ist wirklich... Ist eine Liebe. Es ist eine sehr, sehr Liebe. Mag ich. Mag ich unfassbar gerne den Charakter. Unfassbar gerne. Einstündiges Special. Ach du Scheiße. Geil. Warte mal. Eine Stunde? Gingen die anderen Folgen auch so lang? Also, also zumindest am Anfang von dem Arc? Ja, die gingen ja auch immer so lang, oder? Wenn ich mich nicht rechte, wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht rechte in so eine... Ne, wenn ich, wenn ich mich nicht, äh, wenn ich mich nicht irre, gingen die auch so lange, ne? Also zum Beispiel zumindest jetzt hier bei, bei dem, bei dem, bei dem, bei dem, bei dem, bei dem, äh, Sword, 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 ich kann kein Englisch, Sword, Swith, Sword, Swith, Alter Junge, ich kann nicht reden. Sword, Smith, Arc. Zumindest da war das ja, ich weiß es gar nicht mehr, wie das, wie das genau war, don't judge me, ich weiß es nicht mehr. Aber bei dem war es ja wirklich so, dass es irgendwie so eine Stunde ging oder so, die erste Folge, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber das ist sehr cool, das ist sehr, sehr cool. Und es soll tatsächlich im, 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 es soll im Frühjahr 2024 kommen. Das heißt, dass es bald so weit ist. Ich hab Bock. Ich hab echt Bock. Das Wunder des Schicksals auf zum Training der Säulen. Ein 4-Fahren-Kino. Nice. Aber ich hab das jetzt gerade irgendwie nicht so ganz verstanden. Also ich hab das jetzt irgendwie so verstanden, dass die, ich, keine Ahnung, also ich, ich schätze mal, ich geh mal davon aus, dass, ähm, das wieder die ersten, wie viel waren das? Bei, bei Mugen Train waren das doch die ersten 6 Folgen oder so, die dann in einem Film drinne waren. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier auch wieder so ist. Ich hab keine Ahnung. Ich bin ein bisschen lost, ihr wisst Bescheid. Ich bin ein bisschen lost, ihr wisst Bescheid. Es sah aber irgendwie gerade wie so eine Fusion aus, so, yo, der, 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 der Sword-Smith-Ark wird jetzt zusammengetan mit diesem, mit diesem Training-Ark da, keine Ahnung. Also so richtig kam da jetzt irgendwie noch nix, I guess. Also, 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 ja, also so richtig wurde da jetzt nicht wirklich was gezeigt. Aber so ein ganz kleiner Teaser gab's auf jeden Fall und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr hyped. Wie das sein wird, wie das werden wird. Ich hab Bock. Ich hab Bock auf jeden Fall. Ja, ja, so, äh, an der Stelle würde mich auch mal interessieren, äh, ja, was, was haltet ihr von dem Ganzen? Was denkt ihr? Habt ihr Bock, Leute? Habt ihr Bock? Und, ja, würde mich mal interessieren. Und by the way, das wollte ich einfach mal sagen. Weil so viele mir sagen, ey, du siehst aus wie Tanjiro aus Demon Slayer. Ähm, das Einzige, was ich wirklich von Tanjiro inspiriert hatte, waren die Haare. Also, ich hab meinem Artist legit gesagt, ey, ich will so ähnliche Haare wie Tanjiro haben. Das find ich mega geil. Aber das war's, actually. Das war's. Naja. Also, eigentlich, das mit dem Zopf und so, das, das war eigentlich, also, das mit dem Zopf so. Das, das, das war legit so das Einzige, wo ich gesagt hab, ey, yo, das will ich haben. Ja. Ja, das war's, actually. Schreibt, wie gesagt, gerne mal was in die Kommentare. Hilft meinem Algorithmus sehr. Lasst auf jeden Fall ein Like da auf dem Video, falls es euch gefallen hat. Und abonniert den Channel. Ganz, ganz wichtig. Und falls ihr noch ein bisschen Zeit habt, schaut auf jeden Fall auch mal auf meinem Twitch-Tunnel vorbei. Moritz Susann heiße ich da übrigens. Für die Leute, die es immer noch nicht wissen. Links sind alle in der Videobeschreibung. Checkt gerne meine Social-Media-Kanäle aus. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.